Freunde, heute bin ich auf der German Stunt Week. Bist du deutsch? Mama, ich hab dich lieb. Das ist nichts mit dem Video. Hier ist die Elite der deutschen Stunt-Szene. Holy shit! Was hast du denn da gemacht? Wenn du mit einem Quad fährst und der rechte vordere Achsschenkel halt einfach mal bricht. Alter, halt dein Maul. Ja, sieht schön aus. Andenken ans Event. Hör mal, hinter jeder Narbe steckt eine wundervolle Story, oder nicht? German Stunt Week 2023. Ich war dabei. Wir fahren jetzt in das Camp Asozial. Es sind auf jeden Fall sehr viele Mädels am Start. Das habe ich vorhin schon bemerkt. Keine Ahnung warum, aber das ist gut. Weil dann kann man sich nett mit denen unterhalten. Ihr wisst schon, was ich meine. Hey, der Heißel! Warum hast du zwei Brillen? Ja, weil es einfach cooler ist. Tust du die Brille über die Brille? Ja, dann hol ich mir noch eine. Was ist das hier? Das ist ja wirklich richtiges Bier hier. Ja, geiler Typ. Oh ja, das ist cool. Habe ich extra gekühlt. Ja. Für dich. Toll. Du bist die? Schleifi. Ich bin der David. Cooler Name. Danke. Wo willst du nur hin? Ich kann nicht mitnehmen. Mach den Content raus. Mein Camp ist hier vorne. Das da. Ja, dann schaue ich später nochmal vorbei. Ja, gerne. Bis später. Schleifi. Warum eigentlich Schleifi? Äh, ich habe einen Heckschleifer probiert und dann habe ich mich auf die Fresse gelegt. Klar, war kein Scheiß. Ja. Nee. So eine Draufgängerin. Sonst wäre ja langweilig. Sonst wäre ja langweilig. Wir sehen uns später, Schleifi. Also, es geht schon gut los. Ich fühle mich hier wohl. Ich bin in meinem natürlichen Habitat. Er legt sich fast auf die Fresse. Bruder, vorsichtig! Hä? Nee. Quirli, bist du es? Servus. Die lebende Legende. Ich bin gerade fertig gefahren. Du fährst so ein Motorrad. Kommt das ins Video, oder? Ja. Das ist doch immer noch die 501, Digga, oder? Ja. Was ist das für eine Bremse? Hofrad. Ach, so ein Doppelsetup, Digga. Krank. Was ist das jetzt hier mit dem Interview eigentlich? Soll ich dich noch ein bisschen ausfragen? Was hast du so für Hobbys? Motorradfahren. Ich habe jetzt einen Garten. Da fährt er euch gerne. Ich habe jetzt auch so ein Rasenplatz. Ich habe jetzt auch nicht fest. Keine Ahnung, was das ist, aber geil. Das ist ein Rasenraktor. Das ist so ein Traktor, wo man gehen kann. Also, David. Das hat mich sehr gefreut. Junge, was geht denn hier ab? Zieht euch das mal rein. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Die sind alle komplett durchgeknallt. Alter, wer ist sie denn? Servus. Deutsch. Bist du Deutsch? Geile Karre. Wie heißt du? Anders. Ich glaube, sie haut jetzt hier ein paar Wheelies raus. Das ist so ein verrücktes Mädel, wisst ihr? Von dieser besonderen Sorte. Okay. Kann das sein, dass du das schon ein-, zweimal gemacht hast? Ja, ja. Ein bisschen öfter als ein-, zweimal. Attraktiv. Das ist der weltbesteste Stuntrider. Hallo. Hallo. Du bist der weltbesteste Stuntrider. So, was sagten sie. Sie sagten mir. Ah, ja? Willst du gehen? Aber ich kann nur Sittdown-Zirkel machen. Das ist egal. Ich kann es dir zeigen, wenn du es möchtest. Ja, das ist wirklich krank. Ist es gut? Ja, das ist super gut. Danke. Ja, ich bin krank. Are you honest or are you lying? No, like, what is your opinion? I write so, I can't do that. Thank you, really appreciated. Absolutely. Why should I lie to you? What's your best trick? No, you should just go with the flow. Oh, Junge. Was war das denn? Alter. Okay, Digga. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur krank, was er hier gerade abzieht. Ist es schon wieder so weit? Ja. Hallo. Hallo. Hi. Wow. Yes. Alter. Was ist das für ein geiles Teil? Servus, bin der David. Ist das ein Holzsitz? Ja. Lava, kein Scheiß, Digga. Selber gebaut? Ja. Zigga, was? Ohne Scheiß darfst du niemals verkaufen. Das hat so viel Stil, das Teil. Auch wenn es da hinten schon so ein bisschen wegrostet, aber das muss so. Gehört dazu. Ja, genau. Viel Spaß euch beiden noch. Habt mich gefreut, gell? Ich liebe euch. Was denn das? Alter. Ja. Was ist das jetzt für eine KTM EXC 125 Baujahr? 2015. 2015. Ja, safe. Wie teuer ist die mittlerweile? So wie sie da steht, 10, 11. Geistesgestört, Alter. Da muss ja fucking rich sein. Kleingeldiger. Aber wir sind doch keine Penner. Ey, Digga, absolute Ehre, dass ich die fahren darf. Ohne Scheiß. Das war immer mein Traumbike, als ich 16, 17 war. No joke. Hallo. Da geht nichts drüber. So, Freunde, KTM EXC 125. Das ist wirklich der absolute Traum. Zweitakt, 40 PS oder so. Und der Sound ist halt göttlich. So, einfach rein ins Getümmel. Und dann... Knallgas. Junge, Alter. So brutal, Alter. Ohne Scheiß. Ich krieg da jedes Mal einen Ständer. Willi.EXC. Der Reifen ist auch neu. Den hast du extra für mich neu draufgezogen. Für die Probefahrt. Plan. Das ist die neue Kollektion. Geil, danke. Das ist wirklich sehr nett. Ja, ist gut. Das ist eine Simme-Fahrt. Die große. Was ist jetzt eine große Simme? Ja, weil wir jetzt mehr Kubik haben. Wie viel Kubik hat die? Sieben fahren seine. Wir machen es aber. Die Kappe ist nur unten. Alter, die ist ja voll geil am Gas. Das ist halt eine Kugel für Gas, Alter. Nee, VF ist halt... Ohne Scheiß. Ich freue mich gerade mit dem Ding zu fahren. Das macht irgendwie jetzt schon Laune, wenn ich nur am Gas ziehe. Weißt du, was ich meine? Das Hinterrad ist das Ganze. Merkt es aber schon, aber es geht. Okay, ja, geil. Viertelmeilerrennen. Macht euch bereit. Getuned zu Simson. Ich am Gasgriff. Wenn was passiert, sagt man der Mama, dass ich sie lieb habe. Yeah, abgezogen, Digga. Junge, 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 Junge. Alles wackelt. Habt ihr das gerade gesehen, als ich gebremst habe? Das ist doch nicht normal. Gottes Willen, ey. Ich spring mich um mit dem Scheißteil. Junge, das war geil. Ehrenaktion. Heftig. Warum bist du denn da nass? Der Rieser hat mich angespritzt. Was machst du denn? Hallo? Hallo? Hä? Hey, du fährst hier in meine Karre rein. Ich bin den nicht gefahren. Ja. Der hat dir voll ins Gesicht gespritzt. Ja. Schön, dich zu sehen. Pass auf. Nein, aber nicht ins Gesicht. Machst du heute wieder Wheelies? Hab ich schon. Aber hoffentlich mit Schutzkleidung. Ja. Indianer Ehrenwort. Ja, weil der Boden ist doch so scheiße. Ja! Was hast du mit der vor? Das darf ich nicht sagen. Oh, FSK 18. Ja. Oh, bitte. Das ist nicht mit ins Video. Mama, ich hab dich lieb. Ja. Oh, scheiße, Digga. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Robert springt drüber. Digga, das ist der Evil-Kenniebel der Neuzeit. Boah, das war knapp. Digga, das war ein bisschen knapper, Alter. Du hast Schiss um deine Karre, ne? Karre hab ich vor einer Woche abgeholt. Perfekt. Warum bist du so doof und stellst sie dann da hin, wenn so ein Irrer da drüber springt? Ich dachte, ihr macht Bilder oder Videos. Wie standen die da so schön? Wo lernt man sowas? Ich hab keine Ahnung. Du machst das einfach? Ja. Es macht Krach, es ist laut, es kommen Flammen. Oh, da geht's jetzt richtig ab, Alter. Das ist genau mein Metier. Junge, was ist hier los? Also Freunde, wirklich, ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Aber ich find's verdammt nochmal geil. Bescheuerte Menschen, viel Vitaminwasser, alles für die Gesundheit. Prost, mein Lieber. Dankeschön. Gerne. Bist ein cooler Typ. Du auch. Dankeschön. Schön, dass du hier bist. 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 Oh mein Gott, Alter. Oh, holy shit. Oh, ich kann nichts mehr sehen. Hallo, hier hinten bin ich. Sie sehen mich vielleicht nicht richtig bei Wemwebel. Hey, was ist das für ein krankes Event, Bruder? Hier ist die Elite der deutschen Stunt-Szene. Holy fuck. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Digga, hier, jetzt geht's komplett ab, Alter. Der hat ja gar nichts mehr unter Kontrolle gehabt. Ich bin froh, wenn ich die Scheiße hier überlebe, Alter. Was sind das alles für Psychopathen? Das ist ein Kochtopf. Ist das ein Kochtopf? Ja. Geil. Hey, da kommt ein Bus. Fuck, meine Stimme ist weg. Was passiert hier? Ich bin hier wirklich gerade in der GTA Online Lobby. No joke.